Alleine dadurch, dass wir den Loftfilm bei uns auf unserer Webseite eingesetzt haben, haben wir sechsstellige Umsätze gemacht. Und durch die Retargeting-Ads kamen dann auch nochmal fünf, wenn nicht sogar sechsstellige Umsätze zustande. Mein Name ist Daniel Kutzea, ich bin Geschäftsführer der Video-Komet GmbH. Vor der Zusammenarbeit mit Loftfilm hatte ich folgendes Problem, dass wir ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt haben. Wir haben eine Software, die sehr komplex ist. Und wir in den Verkaufsgesprächen immer wieder Missverständnisse erklären mussten und erklären mussten, was wir denn eigentlich bieten und wie der Nutzen vor allem auch ist. Wir haben bereits mehrere Loftfilme gemacht. Einmal einen Hauptfilm, der unser Angebot erklärt und auch den Nutzen nochmal erklärt. Und wir haben noch vier Retargeting-Filme gemacht, die wir als Retargeting-Ads schalten und da nochmal die Einwände lösen. Wir fragen immer unsere Kunden, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind. Und da hören wir zu 80, 90 Prozent, dass sie unseren Loftfilm vorher gesehen haben und dadurch so überzeugt waren, dass sie sich direkt einen Termin gebucht haben. Also ich nehme das Team von Loftfilm sehr strukturiert wahr, sehr professionell. Die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde abgeholt, wirklich von A bis nach Z begleitet, habe immer einen Ansprechpartner gehabt und man fühlt sich wie in so einer kleinen Familie, ja, man fühlt sich sehr wohl bei Loftfilm. Also ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass wir mit dem Loftfilm, den wir auf unserer Webseite eingesetzt haben, in so einer kurzen Zeit solche großartigen Ergebnisse erzielen werden.